In dieser Folge Helled Loose kämpfen wir verbittert gegen den Feind. Ich spreng zwei, drei Panzer mit dem Ground am Ende. Joa, und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe ein Medium, also den zu Z-Chillen. Okay. Ich habe ein Bild oder nicht? Wenn man die Verbindung gekriegt hat, obwohl das Internet perfekt läuft. Wenn man beim Verbinden immer hingeschrieben hat, dass die Verbindung nicht möglich ist. Warum kann der die Setschle nicht? Okay, das heißt. Setschle ist am Panzer. Achtung, Setschle am Panzer, Setschle am Panzer. Achtung, 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 Setschle am Panzer. dann wahrscheinlich auf dem Löffelbanden-Server, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da schon verabredet bin oder... Kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Aber so früh habe ich keine Zeit. Ich habe 139 Kampfboden. 6er KD ja, aktuell. Staudengeist. Durch Staudengeist bin ich zu Helled Loose gekommen. Tatsächlich. Bei mir war es eine Kombination aus OP ist weg. Wobei Staudengeist auf der alten Mauerseite ist Feind. Staudengeist spielt glaube ich gerade relativ wenig Helled Loose. Wer war es bei dir, Kirk? Klaro und Easy Nap. Die Helled Loose ist ein Dorf. Er streamt jetzt hauptsächlich andere Sachen. Er streamt jetzt hauptsächlich andere Sachen. gestreamt, aber das schaffe ich nicht. Das... Also mir. Kirk nicht, wie er gerade... Geht an der Mauer. Zwar noch. Okay, bei Kirk glaube ich auch extrem viel spielt. Aber gut, viele der Leute mit denen ich zock-zocken sich jeden Tag stundenlang. Also... haben wir es jetzt ernsthaft geschafft zu cappen? Ja, ich... Der Wahnsinn. Ich glaube es auch noch nicht ganz. Das spawns wirklich gar nicht da unten. Find Supplies. 110 Grad meiner Position. Das ist wirklich ein Depp ey. Der ist so ein Volltrottl. Der Kommandor oder... Ich sag, der soll keine Supplies werfen, wenn wir einen Supplier mit. Er macht's wieder. Oder wir versuchen den zu... ... ... Das war's. Kann man dort auch gar nicht bauen, wo sie gerade seid? Meine Furs ist einigermaßen safe, ja. Okay, Bas, dort bauen wir die gar nicht. Panzer fällt auf King. Ja, außer dass der Panzer ist vorbei, ja. Aber der ist im Captain hier. Der Panzer, wo meine Leiche lag, müsste bekämpft sein. Schoda, ich habe heute zwei Panzer zerstört und du so? Ja, da war einer hier genau, wo ich stehe. Den habe ich mal erschossen. Aber er wollte da den aufheben und einfrieren. Alles wieder warm. Ja, hier vorne ist einer. Ist noch einer hinter. Ist in die Richtung gerannt. Der ist schon rein in die Kirche. Den auf deinem Ping habe ich. Wir gehen da jetzt nicht mehr raus. Wo ist hier noch einer? James? Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Da schießt noch ein paar Mal auf mich drauf. Habt ihr irgendwie Aggressionsprobleme, oder? In der Kirche sterben sie gerade? Der ist eigentlich total overpowered. Ich bin wieder bei einer 093 AKD. Flugzeugfeindlich vermutlich. Bei mir ist 18 zu 23, glaube ich. OP zerstört. Hier direkt bei mir meine Leiche. Hab, hab, bin, hab in. Geil. Wow Michi, zockst du überhaupt nicht mehr gerade, oder? Oder streamst du noch manchmal deinen... Was war das immer für ein Tag? Deinen Dungeon-Dienstag, genau. Ich hole mir noch den Greyhound hinten im Haku. Den wir wahrscheinlich durchcappen können. Kampfpunkte sind geil. GG. GG. Ich hab mir noch einen Greyhound gegönnt zum Schluss der Runde. GG. Also Dungeon-Dienstag bleibt Dungeon-Dienstag, okay. So, dann belobe ich mal Schoda. Ja, dann mach ich das mal auch in Item. Oh, ich hätte noch eine Mine legen sollen, ja. Item. Dann hätte ich 700 Kampfpunkte. Ja. Vier Fahrzeuge zerstört. Ja, nun leider nur noch eine 074 AKD, weil am Ende da der OP und die Garni alles beschossen wurde. Ich wollt mal ganz kurz schauen, ob Jan Niklas oder irgendein anderer LVJGler bei mir eine tragende Rolle im Spiel gespielt hat. Wie viele Kills hast du denn, Kirk? Ich kann grad nicht gucken. Ich glaub ich hab nur 22 oder so. Er hat 22. Ich hab aber 3 Panzer zerstört. Ich habe 28 Kills, bin 38 Mal gestorben, davon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Am Ende durch Beschuss auf eine Garni oder irgendwas, wo ich gespawnt bin. Und ich hab ne Treffergenauigkeit von 17,01%. Also 17,01. Der Registriernummer der Enterprise. Das kann kein Zufall gewesen sein. Ich glaub 37,78. Wie gesagt, 3 Panzer zerstört.